Yo, Halli, Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, ich bin's wieder, euer Belias LP, hier in einem kleinen Infovideo. Und zwar geht es darum, dass meine Uploads ständig verpasst werden, dass Leute gar nicht mitkriegen, wann bringe ich denn überhaupt meine Videos. Und wenn was pausiert wird oder wenn irgendwas geändert wird, das kriegt ihr alles gar nicht mit. Und ich will euch jetzt die Lösung bieten. Und zwar habe ich eine Facebook-Fanpage, die könnt ihr liken oder da könnt ihr drauf gehen und gucken. Und da poste ich täglich was. Da poste ich auf jeden Fall immer alle meine neuen Parts. So wie ein Part rauskommt, poste ich ihn da. Ihr verpasst keinen Part mehr. Ihr braucht nicht mehr in YouTube zu gucken und gucken, äh, wann kommt denn das neue Video und tausend Leute und alles geht unter in der Abo-Box. Nein, auf Facebook kriegt ihr hundertprozentig meine Parts. Ich poste alle meine Parts auf meine Seite. Dann poste ich da regelmäßig, wenn sich was am Upload-Plan ändert. Ich poste dort regelmäßig, wann die Videos kommen, welche Projekte kommen und vor allem, ganz wichtig, ich arbeite viel mit meiner Community auf Facebook zusammen. Das bedeutet, wenn ihr bestimmte Projekte lieber sehen wollt, dann ist Facebook genau die richtige Seite für euch. Denn da mache ich Umfragen. Ich frage euch, was hättet ihr gern als nächstes, was würdet ihr gern sehen? Gibt es irgendwelche Sachen, die euch stören oder Sachen, die ihr toll findet? Da könnt ihr direkt mit mir kommunizieren. Ihr könnt mich da auch direkt anschreiben auf der Facebook-Fanpage. Und, ähm, ich antworte euch. Ich antworte da 99% aller Fälle jedem. Und ihr könnt auch wirklich Gespräche mit mir führen. Meistens habe ich die Zeit auch. Beziehungsweise ich nehme mir einfach die Zeit, weil ich finde, dass der Kontakt zu den Zuschauern einer der wichtigsten Punkte am Let's Play einfach ist. Und, wie gesagt, das kann euch auch helfen, immer auf dem neuesten Stand zu sein, immer alles mitzubekommen. Und ich weiß, viele Leute mögen Facebook nicht. Ich hasse Facebook eigentlich. Aber Facebook bietet mir halt die Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu bleiben und mit euch auch wirklich Sachen abzusprechen und Sachen mit euch zu planen. Ihr könnt richtig mitmachen, sozusagen, in meinen Let's Plays über Facebook. Und, ähm, ansonsten für alle Leute, die wirklich gar kein Facebook haben, habe ich noch eine zweite und eine dritte Lösung. Ich habe noch einen Twitter-Account. Und zwar, der Facebook-Link und der Twitter-Account sind in der Videobeschreibung. Und vielleicht auch im Video verlinkt, falls ich es irgendwie hinkriege. Ähm, auf meinem Twitter poste ich eigentlich nicht so viel, aber da poste ich trotzdem immer, wenn ein neuer Part kommt. Alle Parts werden da gepostet. Und ich habe zusätzlich zu meiner Facebook-Fansite und zu meinem Twitter-Account noch einen Fanskype. Das bedeutet, ich habe einen Account, einen Fan-Account für meine ganzen Zuschauer und so weiter. In Skype. Das heißt, ihr könnt mich einfach adden. Mein Nickname dort ist einfach Belias LP. Den addet ihr einfach. Und da könnt ihr mit mir schreiben. Da bin ich jetzt nicht so oft da. Bin ich meistens abends oder so mal eine Stunde. Aber wenn ich da bin, da könnt ihr mit mir schreiben. Da poste ich auch immer meine neuesten Parts in meinen Feed. Äh, das heißt, man kann einfach auf meinen Namen klicken. Dann sieht man da oben meinen neuesten Part. Also den Link dazu. Und ihr könnt mit mir direkt reden. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ihr könnt, äh, Vorschläge machen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch oben Ratschläge von mir fragen und so weiter und so fort. Also Skype, Facebook, Twitter. Alles drei in der Videobeschreibung. Ähm, falls ihr faul seid, könnt ihr auch einfach bei Facebook Belias LP eingeben. Meine Seite heißt einfach facebook.com slash Belias LP. Und ja, da auf dieser Seite, da kann ich euch, wie gesagt, alle Infos immer geben. Und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. So, Leute. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Infovideo. Wir sehen uns auf Facebook, Twitter oder auf, ähm, hier Skype. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.